Ich hörte über Irving. Tough break. Ja, aber es werden andere Möglichkeiten sein. Scheverter-Headquarters. Das ist Headquarters. Was ist deine Situation? Es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Irving auf seinem Weg zu einem Ölfeld in den Marshalls. Wir re-joinigen Delta-Team und gehen da jetzt. Entstanden. Ja, und mit diesen wurden, sage ich, einen wunderschönen Gelegenheit. Guten Morgen, guten Morgen und willkommen zurück zu Resident Evil 5 mit Tamiru. Da kann ich über mich schießt. Ja, ist auch krass ein bisschen. War ja das schwere Maschinenwerk, aber ich habe hier die Geltung. Oh! Wow. Das geht schon direkt los. Oh, EGW, EGW, EGW. Weg mit diesem LKB. Der muss weg. Sehr schön. Ja, der Laster ist weg. Ja. Die fallen wie die fliegen. Ja, momentan läuft es ganz gut. Puh. Sehr schön. Oh. Au. Aber gut, wir haben nichts verloren. Sehr schön. Noch ein LKW. Links. Du machst den LKW. Ich mache diese Naturräder. Ja, alles klar. Ab. Boah. Ja, ich komme wieder rüber zu den Motorrädern. Au, ich brenne. Oh, fuck. Wo kam das her? Das kam von solchen Spinnern da. Oh. Ah. Flüchtling. Links, rechts. Äh, links. Ja. Ne, nicht. Hab ich. Mach die Motorräder. Ja. Oh, der ist ja noch ein LKW links. Rechts ist ja auch ein LKW. Ja, auch ein LKW. Alles klar. So, hinten Laufrecht ist leer. Oh nein, da ist einer. Das ist echt krass, ey. Äh, das ist... Das ist so laut, ey. Das ist echt krass. Ja, ja, ich verstehe dich manchmal sogar kaum. Ja. Oh, 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 oh. Fuck. Oh. Einfach drauf, 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 drauf. Schieß, was das Maschinengewerker gibt. Da ist ja nicht so gut, ey. Alter. LKW? Ja, warte. Oh ja, hier. Oh, fack. Wir haben ja schon, wir haben es auch noch in Kontrolle. Ja. Das geht schon richtig gut los. Alter Falter, ja. Oh. Das geht schon. Achtung! What could have done this? Look out! Go, go, go! Get to the truck! Take this! Go, go, go! Go, go! Go, go! Go, go! Weck Melees' Vater. Okay, weck Melees' ihm viel Schnell. Ja, ich geh oben rechts. Ich geh am Arm. Oh nein, Kollege. Das wirst du auch nicht schaffen. Nicht wirklich. Oh mein Gott. Es gibt alles, was du hast. Oh, fuck, Alter. Was ist das für ein Tier? Einfach drauf. Ah, der mit seinem blöden Käsefuß immer. Oh, dumm. Oh. Ja, hab ich. Alles gut. Alles klar. Okay. Überhitzt, überhitzt. Meins nicht. Ah, fuck, ich hab noch mehr. Okay. Ich hab die Schulter. Ich schieße auf irgendeins. Vielleicht wieder auch an seinem Würde da hängen, ey. Ja, ja. Von der Art Profil. Okay, das an der Brust hab ich. Okay, die linke Schulter oder rechte Schulter. Oh, fuck, stand gar nicht rein. Ja, ich hatte überhitzt, ich hatte überhitzt. Daneben. Trottel. Okay, ich schieße, was das Maschinengewehr hergibt. Ja, los geht's. Was? Ja, los geht's. Ja. Ich schieße, was das nicht so. Ja, los geht's. 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 Wo bist du, Josh? Sheva, du musst nicht tun, du kannst noch zurückkommen. Was für dich? Ich habe ein Personal-State in diesem. Ein Personal-State? Chris, schau mal. Wir sollten beide rauskommen. Ich bin nicht hier nur für die Mission. Was sagst du? Vor kurzem habe ich ein paar Intel bekommen, dass mein altes Partner noch alive ist. Ich wusste nicht, was zu denken. Aber als ich die Datenfile von Delta Team wusste, ich wusste sicher, Jill ist noch alive. Die Frau in der Datenfile? Du bist überhaupt nicht sicher, dass es die gleiche Person ist? Wir waren Partner. Ich bin sicher. Wait! Wait! Du bist nicht alleine. Chris, wait! Ich habe nicht viel Zeit, ich muss sie finden. Ich gehe mit dir. Ich gehe mit dir. Das sind meine Leute, die hier sterben. Ich habe nicht mehr Ich gehe mit dir. Ich gehe mit dir in mir ran. Ich werde dir das junge Tee töten. ich es habe. Ja, sehr gut. Alles klar. Siehste, das war Kapitel 2, 3, das haben wir beendet und jetzt geht es wahrscheinlich mit diesem Luftkissen-Bowl irgendwo hin. Genau, genau. Aber das sehen wir vorerst im nächsten Part. So sieht es aus. Bis dann, Leute. Ciao. Tschö.